Nein! Nein! Jetzt gehen wir mal weg! Was machst du denn da? Dich verunsichern! Ja, machst du auch! Ich kann dir auch diese Flüssigkeit verabreichen! Ich möchte kein Wasser. So, mal gucken wie viele schon wieder da sind Leute. Der andere Streamer eskaliert. Der andere Streamer ist gar nicht mehr. Dann ist Gisela am Start! Pommes! Wir hatten gerade leichte technische Schwierigkeiten. Ja, der PC ist gerade abgestürzt. Das tut uns ausgesprochen leid. Vor allem aber auch... Ausgesprochen geil! Vor allem in der Sekunde, wo du einfach auf den Bildsch... Hör auf jetzt! Wir wollen sowas nicht nochmal haben. Auf jeden Fall ist gerade der Stream abgestürzt. Beziehungsweise der ganze Computer ist sogar abgestürzt. Ich leg dich gleich noch! Ja! Ich freue mich schon drauf. Trau dich! Nein, das ist zu schmerzhaft für dich. Einfach drauf anlegen. Das ist gar nicht an. Es ist nicht an. Ich höre das. Jetzt höre ich es auf. Ich höre, dass es an ist. Ich höre, dass es an ist. Deine Gruppe ist nicht so geil. Ich steck sie mir immer rein. Alles klar? Was warst du da? Ja! 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 Hast du Angst? Ja! Hab ich! Ja! Das ist gerade nicht Gisela. Ich sehe, dass du es ohne Gisela warst. Ich sehe das in deinen Augen. Achtung! Ja! Das ist der Test! Ja! Boah! Okay, wir gehen ins Video! Ja! 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 Ich bin reich! Ich bin reich! Ich bin reich! Äh... ...Festpreis. Bitte ich habe Familie und kein Geld. Hab auf ihr Profil geschaut. Sie haben eine Anzeige drin, in der sie Felgen für ihren BMW Z4 G29 suchen. Ist jetzt nicht das typische Familienauto. Und zudem ist es das aktuelle Modell. Also haben sie dafür... ...wohl Geld übrig? Bist du Sheriff Holmes? Someone like you! Someone like you! Someone like you! Get me! Bitte sendet mir Hilfe! Schnell! Hallo, ich hätte eine Frage. Bezogen auf die Anzahl der Hände, die der Wagen bereits hat. Was? Die Hände? Bezogen auf die... Ist leicht missverständlich. Die Anzahl der Hände, die der Wagen bereits hat. Ich glaube er wollte sagen Besitzer oder nicht? Ich habe keine Ahnung was er sagen wollte. Dominic, das Auto hat keine Hände oder was meinst du? Tim, du sabberst wirklich noch. Nein, ich habe nicht gesammert. Das ist immer noch hier. Der Tim ist auch noch nicht stubenrein. Aber ich kann damit umgehen. Es ist schon okay. Alles okay. Manche muss ich ihn auch noch anschamponieren, weil das kann er auch nicht. Ja gut das denn. Ja das wird... Hast du dich vollgesaut? Ach du guck mal das Auto hat echt Hände. Ach Mensch. Ich habe mal zwei Hände drangemacht. Passt das? Ich bin gesund. Aquarium. Mann. Für Hamster. Ich verkaufe meine Aquarium für Hamster. Mit alle dabei ist 55 Euro. Das ist hoch. 35 Zentimeter lange. 60 Zentimeter dick. 30 Zentimeter. 60 Zentimeter dick, Alter. Ist das Panzerglas? Also, das tut einfach weh, das zu lesen Digga. Bann ihn weg Digga. Was wäre ihr Endpreis? Hallo, 52 Euro kann ich machen. 150 würde ich die nehmen. Wieso soll ich die 130 Euro schenken? Kannst du mir das erklären? Wegen Corona. Hallo, mein Name ist... ...Ricky. Und verhandeln kann ich am besten. Auf eBay Kleinanzeigen kann man auch unter anderem Fahrräder kaufen. Bitte gern 25 Euro von ihm. Luca und ich haben für 10 Euro das perfekte Studentenfahrrad gefunden. Bei dem nicht nur vorne ein Reifen fehlt, sondern auch noch ein ehrendem Wort Fahrrad. Ein Reifenfahrrad. Oh nein, Alter. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Dank eBay Kleinanzeigen mal wieder Gehirn zählen weniger. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auch kostenfrei... Schaut auf jeden Fall gerne bei Sascha vorbei. Also Lulu. Auf geht'ss 7 News Z subsequentlyplaniert... in hell... Hubert, deine Zeit li Morgen auf喂 man weiter.